Sie schreiben, du bist ein braver Bub. Du bist artig und sauber. Das ist erfreulich. Aber du isst kein Gemüse. Ist das wahr? Ja, gnädiger Herr. Was machst du denn nicht? Karotten, gnädiger Herr. Und Bohnen und Kohl und... Sie können nicht kochen, diese Mönche. Hier steht auch dein Herz. Ist schwach. Stimmt das? Man braucht ein starkes Herz, um Geige zu spielen. Das kannst du mir glauben und erst recht in Wien zu leben. Du wirst sehen, Wien ist eine schreckliche Stadt. Schrecklich, doch grandios. Yufeinlich. Der ist eine schreckliche Diem sehe. Sie müssen es sein, dass Ihr sie verletzt. Sie müssen einen Huhn ins Bercht, der den Stadten. Die Stadten, die von Bohnen, in der Beher Yi sind. Sie müssen die Stadten, die von Bohnen und Bohnen stehen. Sie müssen diese Stadten geben. Sie müssen die Stadten geben. Sie müssen sie alles waldnüllen. Schön, die Stadt. Antoinette, Antoinette, Nanny, permette-t-on-me de vous présenter Caspar Weiss, un des enfants les plus doués de la terre. Mais Georges, nous ne pouvons pas? Mon épouse, Antoinette Poussin. Guten tag, Caspar. Ich freue mich, deine Bekanntschaft zu machen. Geh schon in Heine. Ich zeige dir gleich, Steinzimmer. Georges, je vous en prie, nous n'avons pas les moyens de l'entretenir. Nous n'avons surtout pas les moyens de faire autrement. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie.